Danke schön! Danke auch an ihr den Jungenstedt, die das wundervolle Solo gespielt habt. Und ich hab komplett den Runden zugedankt, aber ich dachte, du spielst es. Ich hab überhaupt nicht gerafft. Ich war sowieso ein bisschen durcheinander gerade bei den Songs. Es ist immer so komisch, wenn da jemand abtransportiert wird. Es zieht echt immer so... Ja, es tut mir immer ein bisschen leid. Ich hoffe, da ist alles okay da hinten. Ich glaub, sie steht schon wieder... Nee. Naja. Haben wir Handtücher hier? Haben wir Handtücher hier? Haben wir Handtücher hier? Ja, ich bin am Schluss. Der im Sommer! Der netteste Backliner der Welt. Vielleicht hat er aber auch der schlechteste. Guck mal her, hier. Achso. Ja, dann. Ja. 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 Ja.